hi neues hausbau update ist für mich auch eine überraschung aber die glaube ist nicht mehr schwarz jetzt wurde tatsächlich schon mal angeputzt angeschmissen und so weiter ich weiß nicht ob jetzt schon amierungsgewebe reingemacht wurde oder ob jetzt amierungsgewebe drauf kommt und dann entsprechend der finishputz einige haben schon geschrieben die teleskop geräteträger die müssten prinzipiell bündig mit der dämmung sein nahezu bündig aber jetzt ist so bald sind die auch verschwunden ich wusste die schicht stärke kommt auf jeden fall noch putz drauf so wie das ist das sind nur noch paar millimeter und dann ist alles komplett verschlossen wie sieht hier zum beispiel aus ja hier auch hier kann man das sehen kommt jetzt noch eine schicht stärke drauf und dann ist es bündig und dann passt das hier muss ich die schraube immer noch festschrauben und ich muss mal gucken ob jemand auf der baustelle ist aber ich glaube nicht hier abgeklebt doch es hört sich so als wenn jemand auf der baustelle ist und sieht doch so aus als wenn hier amierungsgewebe drin ist ist auch besser bezüglich so hat man dann keine rissbildung und solche sachen das ganz gut und dann müssten sie eigentlich angefangen haben schon styropor auf dem rohfußboden zu legen und das schauen wir uns gleich mal an drinnen läuft musik ich sagte ihm sollte mal eben ausgemacht werden und dann sehen wir uns drinnen wieder aber schon mal ganz gut und hier so ein überstand na hier haben sie schräg gemacht aber ist okay irgendwann kommt noch bodenaufbau und dann passt das kannst du die musik ausmachen ok dann mache ich das ich habe nur leise gemacht kann man dann gleich wieder lauter machen so oben schon was passiert ja findest du dir nicht mehr ok ok ja hier sieht man schon habt ihr zuschnitte gemacht von diesen styropor platten ja die haben jetzt schon so wie es aussieht im kinderzimmer und im badezimmer angefangen ganz viel styropor kügelchen hier auf dem boden hier sieht man auch wie entsprechend die ausschnitte gemacht wurden damit das schön auf dem boden liegt nahezu und jetzt haben wir eine ebene fläche und darauf kommt dann noch eine schicht ich glaube dann die mit folie wo man dann die fußbodenheizung drauf macht und wo die stöße und so verklebt werden ja sieht erst mal ganz gut aus er muss einfach zugeschnitten werden jetzt sieht man die arbeit nicht mehr mit den installations rohren und so aber die sind auf jeden fall da und so kommen wir jetzt auch immer höher und dann haben wir am ende hoffentlich 30 cm von fertig boden die steckdosen und so und hier haben sie auch die haben sogar bei den heizungs rohren so ausgeschnitten und nicht zwischen geschnitten und das ausgefüllt kann man auch machen und hier haben sie bei der badewanne schon eine verschalung gemacht hat er ja letztens noch mal zugeschnitten damit es von der breite und von der länge passt und man die dann da ganz gut einsetzen kann abschluss haben sie hier im holz ausgesägt verschalung gebaut und dann hast du auch sind die ganzen rohren unter der badewanne hier bei der dusche haben sie auch verschalung aus holz schön stabil mit gefälle sieht so aus wenn es so bleibt weiß ich nicht oder ob es da angehoben wird aber es gerade so aber ich bin so oft hier dann sehen wir auf jeden fall wie es gemacht wird oder wozu die verschallung überhaupt da ist auf jeden fall naja damit da nichts reingießt wird bestimmt bodenebene dusche und solche geschichten müssen wir mal gucken oder wenn dann eine ganz flache duschwanne hier haben sie jetzt nicht gereicht das passt so beim abwasserrohr weil der steht noch ein bisschen hier über aber eventuell bei der zweiten schicht dann ein bisschen was weg schneiden und ist dann drauf legen und so hast ja sonst keine möglichkeiten hier hinten kommt ja auch von einer waschmaschine und dann haben sie da geschnitten hier geschnitten zack dann so ein dreieck gemacht je nachdem wie die rohre entsprechend verlaufen zum abfluss und dann alles ganz gut geschnitten hingelegt und hier noch nicht weiter aber hier muss man auch dann schneiden legen und so es sei denn hier kommt nichts weiß ich aktuell nicht ich habe so die böden noch nie gemacht müssen wir mal abwarten wenn es hier kommt dann hier auch so eine rundung hin machen oder schneiden so wie sie das da gemacht haben ein bisschen ausklinken und dann passt das aber mehr ist auch gar nicht das ist jetzt ein richtig gutes update ja und alle räume müssen so gemacht werden mit styropor und paul macht jetzt noch ein bisschen die wände unten und so sondern nicht ganz fertig geworden da beim flur so ist okay ja fertig angeguckt viele dachten dass wir selber gemacht haben da die dings nach hier die die dämmplatten und dann wurde schon geschimpft dass es kein fachmann gemacht hat und so weil wir die stöße verklebt haben und so ja weiß ich nicht ich sie es auch viel stöße verkleben weil da ist ja nur eine schicht entweder man macht zwei schichten und dann im versatz dass die dass du die eine schicht machst und die andere schicht überdeckt die stöße damit kein wind durchkommt so wie wir es auch außen bei der dings gemacht haben da haben wir auf jeden fall zwei lage ich die erste kurz geschnitten dann eine ganze und dann hat sich das immer so überlappt damit die schlitze dazwischen gefüllt sind aber wenn hier eine dämmstärke dann müssen die schlitze entsprechend gedämmt sein und dann dichtet man die mit dem schaum aus was diese verklebt haben vollflächig was willst du sonst machen stoß auf stoß legen gar nicht verkleben verstehe ich nicht weil dieser kommentar war nämlich dass andere mit nut und federn gibt ja ja nut und federn extra eingegeben bei google mich selbst das interessiert und ich habe eigentlich nur die diese strüffurteile gesehen also weiß was mein ja ja ohne nur feder und alle haben auch das mittel mit sozusagen verklebt also genauso wie was sie gemacht haben richtig das sind übergebliebene platten jetzt die brauchst du nicht mehr ja das ist doch gut ja mach genau naja seht ihr alles in ordnung hier mit dem verkleben und alles mögliche dass da eine schicht dem platten drauf gemacht wurde und jetzt pfeift da sowieso kein wind durch und dann wird noch alles gut gestrichen und so weiter und so fort alles im grünen bereich warum man hier nicht irgendwelche leute sagen dass irgendwas falsch gemacht haben und alles in ordnung kann man auf jeden fall drin wohnen und dann passt das dann würde ich sagen das war's mit dem video bis zum nächsten mal